Kapitel 11 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Zug ging zur regelmäßigen Zeit ab. Es befanden sich auf demselben eine Anzahl Passagiere, einige Offiziere, Zivilbeamte und Kaufleute, die durch Handel mit Opium und Indigo in den Norden der Halbinsel zu reisen veranlasst waren. Passepartout befand sich mit seinem Herrn in derselben Waggonabteilung. In der Ecke gegenüber saß ein dritter Passagier. Es war der Brigadegeneral Sir Francis Cromartie, einer der Spielgenossen des Herrn Fogg während der Fahrt von Suez nach Bombay. Er war auf dem Wege zu seinen Truppen, die in der Nähe von Benares kantonierten. Sir Francis Cromartie, ein großer, blonder Fünfziger, der sich während der neulichen Empörung der Sepoys sehr ausgezeichnet hatte, konnte in Wahrheit für einen Eingeborenen gelten. Seit seinen Jugendjahren in Indien wohnhaft war er nur selten in seinem Heimatlande gewesen. Es war ein Mann von Kenntnissen, der gerne über die Gewohnheiten, Geschichte, Organisation des Hindulandes Auskunft gegeben hätte, wenn Phileas Fogg sie nur hätte begehren mögen. Aber dieser Gentleman hatte kein Verlangen danach. Er machte nicht eine Reise, sondern eine Umfangslinie. Es war ein schwerer Körper, welcher nach den Gesetzen der rationellen Mechanik einen Kreis um den Erdball beschrieb. In diesem Augenblicke stellte er eine wiederholte Berechnung der seit seiner Abreise aus London verbrauchten Stunden an. Und wäre es nicht seiner Natur zuwider gewesen, eine unnütze Bewegung zu machen, so würde er sich die Hände gerieben haben. Sir Francis Cromartie hatte wohl die Originalität seines Reisegefährten begriffen, obwohl er ihn nur die Karten in der Hand und zwischen zwei Robbers hatte studieren können. Er hatte daher Grund, sich zu fragen, ob unter dieser kalten Hülle ein menschliches Herz schlage, ob Phileas Fogg's Seele für Naturschönheiten, für sittliche Eindrücke empfänglich sei. Diese Aufgabe stellte er sich. Von allen Originalen, welchen der Brigadegeneral begegnet war, ließ sich keins mit diesem Produkt der exakten Wissenschaften vergleichen. Phileas Fogg hatte dem Sir Francis Cromartie sein Vorhaben einer Reise um die Erde und die Bedingungen, unter welchen er sie vornahm, nicht verhehlt. Der Brigadegeneral sah in dieser Wette nur eine Exzentrizität, ohne nützlichen Zweck, welcher notwendig der Sinn für Wohltun abging, von dem jeder vernünftige Mensch sich muss leiten lassen. Bei einer solchen Art zu reisen, würde der bizarre Gentleman offenbar weder sich selbst noch anderen etwas zugute tun. Eine Stunde nach der Abfahrt aus Bombay setzte der Zug über Viadukte von der Insel Salsett auf das Festland über. Bei der Station Kali an ließ er rechts eine Zweigbahn, welche über Kandala und Puna nach dem südöstlichen Indien läuft, und fuhr in Richtung von Powell. Von diesem Punkte aus durchzieht die Bahn das sehr verzweigte Gebirge der Westgates, Ketten mit einer Basis von Trab und Basalt und Gipfeln, die bis zur Spitze dicht bewaldet sind. Von Zeit zu Zeit tauschten Sir Francis Cromartie und Phileas Fogg einige Worte und eben jetzt knüpfte der Brigadegeneral eine Unterhaltung an, welche öfters abbrach. Vor einigen Jahren noch, Herr Fogg, sprach er, würden Sie an dieser Stelle eine Verzögerung erlitten haben, welche vermutlich Ihren Reiseplan in Gefahr gebracht hätte. Weshalb, Sir Francis? Weil die Eisenbahn am Fuße dieses Gebirges aufhörte, und man mußte bis zu der auf der entgegengesetzten Bergseite gelegenen Station Kandala den Weg im Palankin oder auf einem Klepper machen. »Diese Verzögerung würde die Ausführung meines Programms nicht gehindert haben«, versetzte Herr Fogg. »Ich hatte den möglichen Fall einiger Hindernisse schon vorgesehen.« »Inzwischen, Herr Fogg«, fuhr der Brigadegeneral fort, »liefen Sie Gefahr durch das Abenteuer dieses Burschen eine recht schlimme Geschichte über den Hals zu bekommen?« Passepartout war, die Füße in seine Reisedecke gehüllt, in tiefen Schlaf gesunken, und ahnte nicht, dass man von ihm sprach. »Die englische Regierung ist und mit Recht gegen der Art von Vergehen äußerst strenge«, fuhr Sir Francis Cromarty fort. »Es ist ihr über alles daran gelegen, dass man die religiösen Gebräuche der Hindu respektiert, und wäre ihr Diener ergriffen worden?« »Ei nun, Sir Francis, wäre er ergriffen worden«, erwiderte Herr Fogg, »so wäre er verurteilt worden, er hätte seine Strafe bekommen und wäre dann ruhig nach Europa zurückgekehrt. Ich sehe nicht, wie durch diese Geschichte sein Herr wäre aufgehalten worden.« Darüber brach die Unterhaltung ab. Während der Nacht fuhr der Zug über die Gates, verweilte zu Nassig und eilte am folgenden Tage, dem 21. Oktober, über ein verhältnismäßig flaches Land, das Gebiet von Kandeisch. Das wohlbebaute Feld war mit Flecken bedeckt, über welchen, wie der christliche Kirchturm in Europa, das Minarett einer Pagode emporragte. Zahlreiche kleine Gewässer, meist Nebenflüsse des Godaveri oder Zuflüsse zu demselben, bewässerten diese fruchtbare Gegend. Als Passepartout aufwachte, schaute er sich um und konnte nicht glauben, dass er auf der großen Halbinselbahn durch das Hinduland fuhr. Es schien ihm dies unwahrscheinlich, und doch war es wirklich so wie irgendetwas auf der Welt. Die Lokomotive, durch den Arm eines englischen Maschinisten geleitet und mit englischer Kohle geheizt, trieb ihren Rauch über Pflanzungen von Baumwolle, Kaffee, Muskat, Gewürznelken, rotem Pfeffer. Der Dampf wirbelte in Spiralwindungen um Gruppen von Palmbäumen, zwischen welchen malerische Wohnhäuser sich zeigten, einige wie Haris, eine Art verlassener Klöster und merkwürdige Tempel, reich an unerschöpflichem Schmuck indischer Architektur. Hierauf breiteten sich unermessliche Strecken Landes, soweit die Blicke reichten, Schilfwiesen mit Schlangen und Tigern, die durch das Geräusch des Bahnzuges aufgeschreckt wurden. Endlich fuhr die Bahn durch Waldungen, worin Elefanten hausten, die mit denkendem Blick dem vorübereilenden Zuge zuschauten. Während dieses Morgens fuhren unsere Reisenden jenseits der Station Malegaum über den unheimlichen Landstrich, der so oft von den Anhängern der Göttin Kali mit Blut befleckt wurde. Nicht weit entfernt ragte Elora mit seinen staunenswerten Pagoden nicht weit Aurungabat, die berühmte Hauptstadt des grimmigen Aurangzeb, nun einfacher Hauptort einer der vom Reiche des Nizam abgetrennten Provinzen. Über diese Gegend übte einst das Haupt der Tux, Pheringea, König der Würger, seine Gewaltherrschaft. Diese Banditen, in einem unfassbaren geheimen Bund geeinigt, erwürgten zu Ehre der Todesgöttin Opfer jedes Alters, ohne jemals Blut zu vergießen, und es gab eine Zeit, wo man an keiner Stelle dieser Gegend den Boden aufgraben konnte, ohne auf einen Leichnam zu stoßen. Die englische Regierung hat zwar dieses Morden in erheblichem Grade zu hemmen vermocht, aber der entsetzliche Geheimbund besteht und wirkt noch fortwährend. Um halb ein Uhr hielt der Zug auf der Station Burhampur an, und Passepartout konnte sich um hohen Preis ein Paar mit falschen Perlen verzierte Pantoffeln kaufen, die er mit unverkennbarer Eitelkeit anzog. Die Reisenden nahmen rasch ihr Frühstück ein, und dann ging's weiter nach der Station Assurgur, nachdem sie eine Strecke längs dem Tapti gefahren, einem Flüsschen, das in der Nähe von Surate in den Golf von Kambay fließt. Hier müssen wir Kenntnis nehmen, welche Gedanken damals Passepartous Geist beschäftigten. Bis zu seiner Ankunft zu Bombay hatte er gemeint und konnte auch meinen, es werde hierbei sein Bewenden haben. Jetzt aber, seitdem er mit voller Dampfkraft durch Indien fuhr, war ein Umschwung in seinem Geiste vorgegangen. Sein natürlicher Charakter stellte sich im Galopp wieder ein. Es kamen ihm die fantastischen Ideen seiner Jugend wieder, er hielt jetzt die Projekte seines Herrn für ernstlich gemeint. Er glaubte jetzt an das wirkliche Bestehen der Wette, folglich auch dieser Reise um die Erde und an das höchste Zeitmaß, welches nicht überschritten werden durfte. Bereits ward er unruhig über mögliche Verzögerungen, unglückliche Zufälle, die unterwegs sich begeben konnten. Er teilte nun das Interesse an dieser Wette und zitterte bei dem Gedanken, dass er am Abend zuvor durch seine unverzeihliche Tölpelei sie hätte gefährden können. So war er denn auch, weil er nicht so phlegmatisch war wie Herr Fogg, weit unruhiger als dieser. Er zählte und zählte abermals die verflossenen Tage, fluchte, wenn der Zug Halt machte, warf dem Herrn Fogg Langsamkeit vor und tadelte ihn in petto, dass er nicht dem Maschinisten eine Prämie versprochen habe. Der wackere Junge wusste nicht, dass, was auf einem Paketboot möglich war, auf einer Eisenbahn, deren Geschwindigkeit eine vorschriftsmäßige ist, nicht mehr angeht. Gegen Abend kam man in die Gebirgsengen von Sudpur, welche das Gebiet von Kandesch von dem des Bundelkant trennen. Als am folgenden Morgen, den 22. Oktober, Passepartout nach seiner Uhr sah, antwortete er auf eine Frage Sir Francis Cromartys, es sei drei Uhr früh, und in der Tat musste die fortwährend nach dem Meridian von Greenwich gestellte Uhr nachgehen, da derselbe bei 67 Grad weiter westlich sich befand und sie ging wirklich um vier Stunden nach. Sir Francis berichtigte also die von Passepartout angegebene Zeit und machte demselben die nämliche Bemerkung, welche ihm schon von Fix gemacht worden war. Er suchte ihm begreiflich zu machen, dass er sich nach jedem folgenden Meridian richten müsse und das, weil er stets nach Osten zufuhr, das heißt der Sonne entgegen, die Tage ebenso vielmal um vier Minuten kürzer seien, als er gerade durchlaufen habe. Aber es fruchtete nicht. Mochte der eigensinnige Junge die Bemerkung des Brigadegenerals begriffen haben oder nicht, er weigerte sich hartnäckig, seine Uhr anders zu stellen und ließ sie unverändert bei der Londoner Stundenangabe. Eine Harmlosigkeit übrigens, die niemand schaden konnte. Um acht Uhr früh und 15 Meilen vorwärts der Station Rothal hielt der Zug mitten auf einer großen Lichtung an, die von einigen Wohnhäusern und Arbeiterhütten umgeben war. Der Kondukteur ging an der Wagenreihe vorüber und sprach, »Die Reisenden haben hier auszusteigen!« Phileas Fogg sah Sir Francis an, dem ein Aufenthalt mitten in einem Wald von Tamarinden und Kajurs unbegreiflich vorkam. Passepartout, der nicht weniger betroffen heraussprang und den Bahnweg ansah, kam alsbald wieder und rief, »Ihr hört die Bahn auf, mein Herr!« »Was meinen Sie?«, fragte Sir Francis Cromarty. »Ich meine, der Zug geht nicht weiter!« Der Brigadegeneral stieg ebenfalls aus. Phileas Fogg folgte gemächlich nach. Beide wendeten sich an den Kondukteur. »Wo befinden wir uns?«, fragte Francis Cromarty. »Beim Weiler Kolby«, erwiderte der Kondukteur. »Halten wir hier an?« »Allerdings, die Bahn ist noch nicht vollendet.« »Wie, nicht vollendet?« »Nein, es ist noch eine Strecke von 50 Meilen zwischen hier und Allahabad, wo die Bahn wieder anfängt, fertig zu machen.« »Die Journale haben doch die vollständige Eröffnung der Bahn angezeigt.« »Was meinen Sie, Herr Offizier?« »Es war ein Irrtum der Journale.« »Und Sie erteilen Billette von Bombay nach Calcutta?« fuhr Sir Francis Cromarty fort, der seinen Gleichmut verlor. »Allerdings«, erwiderte der Kondukteur, »aber die Reisenden wissen wohl, dass sie sich müssen von Kolby bis Allahabad weiter befördern lassen.« Sir Francis wurde wütend. Passepartout hätte gern den Kondukteur umgebracht, welcher doch nichts dazu konnte. Er wagte, seinen Herrn nicht anzusehen. »Sir Francis«, sagte Herr Fogg, »wenn es Ihnen gefällig ist, so wollen wir auf Mittel bedacht sein, dass wir nach Allahabad kommen.« »Herr Fogg, es handelt sich hier um eine Verspätung, welche Ihren Interessen durchaus hinderlich ist.« »Nein, Sir Francis, es war vorgesorgt.« »Wie, Sie wußten, dass die Bahn...« »Durchaus nicht.« »Aber ich dachte mir, dass früher oder später meine Reise irgendeine Hemmung erleiden werde.« »Nun ist noch nichts verdorben.« »Ich habe zwei Tage Vorsprung, die kann ich opfern.« »Am zum Mittag wird ein Dampfboot von Kalkutta nach Hongkong abgehen. Jetzt haben wir erst den Zweiundzwanzigsten und werden noch zeitig zu Kalkutta eintreffen.« Gegen eine mit solcher Sicherheit ausgesprochene Antwort war nichts zu sagen. Es war nur allzu wahr, dass die Eisenbahn hier unterbrochen war. Die Journale gleichen den Uhren, die gerne vorausgehen, und so hatten sie auch die Vollendung der Linie zu früh angezeigt. Den meisten der Passagiere war diese Unterbrechung der Bahn bekannt, und sie hatten beim Aussteigen aus dem Zuge alle Arten von Fuhrwerken, welche sich im Bereich des Fleckens fanden, vierrädrige Palkigaris, von Buckelochsen gezogene Karren, Reisewagen, die wackelnden Pagodenglichen, Palankins, Ponys etc. in Besitz genommen. Daher konnten auch Herr Fogg und Sir Francis Cromarty trotz aller Bemühungen im ganzen Flecken keins austreiben. »Ich gehe zu Fuß«, sagte Phileas Fogg. Passepartout kam dazu und machte ein saures Gesicht, als er seine prächtigen Pantoffeln ansah, welche für eine Fußpartie nicht genügten. Zu gutem Glück hatte auch er sich danach umgesehen und sprach mit einigem Stocken, »Mein Herr, ich glaube, ich habe ein Transportmittel aufgefunden.« »Was für eins?« »Einen Elefanten!« »Er gehört einem Hindu, der hundert Schritte von ihr wohnt.« »So gehen wir hin, den Elefanten zu sehen«, versetzte Fogg. Nach fünf Minuten standen Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty und Passepartout vor einer Hütte neben einem mit hohen Palisaden umzäunten Raume. In der Hütte befand sich ein Indier, in der Umzäunung ein Elefant. Auf ihre Bitte führte der Indier Herrn Fogg und seine beiden Gefährten in das Gehege hinein. Hier fanden sie ein halb gezähmtes Tier, welches von seinem Besitzer nicht zum Saumtier aufgezogen, sondern zum Kampf abgerichtet wurde. Zu diesem Zwecke hatte er angefangen, den von Natur sanften Charakter des Tieres umzubilden, indem er ihn allmählich zu dem Paroxismus von Wut, welcher in der Hindusprache Mutsch genannt wird, hinzuleiten bemüht war, und zwar dadurch, dass er ihn drei Monate lang mit Zucker und Butter nährte. Dieses Verfahren mag vielleicht ungeeignet erscheinen, um ein solches Resultat zu erzielen, aber es wird doch von den Züchtern mit Erfolg angewendet. Zu gutem Glück für Herrn Fogg war dieser Elefant erst seit kurzem in diese Zucht genommen worden, und vom Mutsch hatte sich noch nichts gezeigt. Kiyuni, so hieß das Tier, konnte wie alle seine Stammesgenossen lange Zeit rasch vorwärts bringen, und in Ermangelung eines anderen Reittiers beschloss Phileas Fogg, sich desselben zu bedienen. Aber die Elefanten sind in Indien, wo sie schon selten zu werden anfangen, teuer. Die Männlichen, welche zu den Kämpfen im Zirkus allein taugen, sind äußerst gesucht. Diese Tiere pflanzen sich im gezähmten Zustande selten fort, so dass man sie also nur durch die Jagd sich verschaffen kann. Daher widmet man ihnen auch äußerste Sorgfalt, und als Herr Fogg den Indier fragte, ob er ihm seinen Elefanten leihen wollte, schlug er es rund ab. Fogg drang in ihn und bot für das Tier den enormen Preis von zehn Pfund die Stunde. Er weigerte sich. Zwanzig Pfund. Abermalige Weigerung. Vierzig Pfund? Ebenso. Passepartout kam bei jeder Steigerung außer sich. Aber der Indier ließ sich nicht dazu bestimmen. Doch war's eine hübsche Summe. Nahm man an, der Elefant brauche 15 Stunden für den Weg bis Allahabad, so betrug das 600 Pfund, welche er seinem Besitzer einbrachte. Phileas Fogg, ohne im Mindesten aus seiner ruhigen Fassung zu kommen, machte darauf dem Indier den Vorschlag, ihm sein Tier abzukaufen, und bot ihm dafür erst 1000 Pfund. Der Indier wollte ihn nicht abgeben. Sir Francis Cromarty nahm Herrn Fogg beiseite und forderte ihn auf, wohl zu überlegen, ehe er noch weitergehe. Phileas Fogg erwiderte seinem Gefährten, er sei nicht gewohnt, ohne Überlegung zu handeln, es handle sich schließlich um eine Wette von 20.000 Pfund, dieser Elefant sei ihm dafür nötig, und er müsse ihn haben, sollte er auch 20 Mal mehr für ihn zahlen müssen, als er wert sei. Herr Fogg ging wieder hin zu dem Indier, aus dessen kleinen, lüsternen Augen man wohl abnehmen konnte, dass es bei ihm nur auf den Preis ankam, und bot ihm nacheinander erst 12.000 Pfund, dann 15.000, dann 18.000, endlich 2.000 Pfund. Passepartout erblaßte vor Entrüstung. Für 2.000 Pfund ließ ihn der Indier ab. Bei meinen Pandoffeln, rief Passepartout, der macht den Preis des Elefantenfleisches übsteuer. Als der Handel geschlossen war, handelte es sich nur noch um einen Führer. Dieser war leichter zu finden. Ein junger Passe mit gescheitem Angesicht bot seine Dienste an. Herr Fogg ging darauf ein und versprach ihm eine tüchtige Belohnung, welche seinen Verstand noch zu steigern geeignet war. Unverzüglich wurde der Elefant vorgeführt und reisefertig gemacht. Der Passe verstand sich trefflich auf das Geschäft eines Mahut- oder Elefantenführers. Er warf dem Tier eine Schabracke über den Rücken und brachte auf seinen beiden Seiten zwei ziemlich unbequeme Tragkörbe an. Phileas Fogg bezahlte den Indier mit Banknoten aus dem famosen Sack. Passepartout stellte sich an, als würden sie ihm aus dem eigenen Leibe gezogen. Darauf bot er dem Sir Francis Cromarty einen Platz bis zu der Station Allahabad an und der Brigadegeneral nahm es an. Ein Passagier mehr machte dem Riesentiere nichts aus. Zu Colby kaufte man Lebensmittel ein. In dem einen der beiden Körbe nahm Sir Francis Cromarty Platz, in dem anderen Phileas Fogg. Passepartout setzte sich rittlings auf die Schabracke zwischen seinen Herrn und den Brigadegeneral. Der Parse saß auf dem Halse des Tieres auf und um neun Uhr verließ es den Flecken und drang auf kürzestem Wege ins Dickicht des Latanenwaldes. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,